Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, hier ist euer Maximus, ich begrüße euch und ja, es geht dann natürlich um Heroes in General, unser Event vom Samstag. Ich muss sagen, wir waren diesmal nicht so viele Leute, es kann daher liegen, dass es Samstag war und es kann auch dahin liegen, dass ich quasi ein bisschen spät oder kurzfristig angekündigt habe, wann das Event stattfinden soll. Gut, wie ist es abgelaufen? Wir waren vier Leute, also diesmal nicht ganz so viel, vielleicht haben die anderen schon gewusst, dass wir echt gegen die amerikanische Vormachtstellung keine Chance haben. Also man kann ja wirklich sagen, die letzten Wochen haben die Amerikaner, schrägstrich Alliierte, die deutschen Achsenmächte immer so ein bisschen dominiert, das war mal eine Zeit lang andersrum. Aber diesmal kann man wirklich sagen, die Amis machen uns richtig nackig hier im 2. Weltkrieg und ja, das sieht man auch hier im Gameplay, dass wir echt große Schwierigkeiten hatten, irgendwie ein vernünftiges Spiel aufzubauen. Und ja, ich denke mal, die nächsten Wochen wird erstmal kein Event in der Hinsicht stattfinden, aber es wird definitiv wieder eins geben, vielleicht in drei oder vier Wochen. Also jeder, der Lust hat, mit den Deutschen, mit mir und mit den anderen zusammenzuspielen, der kann sich gerne melden und wir werden da vielleicht irgendwo einen Termin finden. Aber jetzt möchte ich erstmal genug, oder es soll erstmal reichen, was ich hier erzähle und ja, ihr könnt noch die letzten paar Minuten hier angucken, wie wir hier agiert haben, falls ihr Lust habt. Das war erstmal euer Maximus, haut rein, bis zum nächsten Mal. Hier weiter außen lang zu fahren. Wir nehmen das jetzt gerade ein, ey, was ist denn hier los? Ach, ich bin ein Idiot. Ja. Siehst du irgendwas? Nee. Ich fahr weiter. Ich fahr aber nur langsam. Warte mal, hier hat unten Ena geschossen, rechts am Baum. Rechts unten? Ja, aber ich weiß nicht, da ist nischt. Ach, da auf der Brücke ist Ena. Krieg ging aber nicht. Fahr mal weiter, bitte. Ja. Au, ich hab ein Treff, ich krieg 10%. Jetzt langsam. Ich denke mal, wir gehen raus, oder? Okay. Was raus? Ich geh rechts. Ey, er ist aus dem Dings hier. Hab ich hier gar keine Minen? Nee, ich hab keine Minen. Äh, ja. Ich komme. Oh, Panzerwagen. Wo? Auf der anderen Seite. Ich versuch mal das erste Mal. Oh, schon wieder wollte mich Ena hier anfreckeln. Ich gebe euch Unterstützung von hinten. Ich fahr jetzt hinten rum über die Brücke bei O2. Wie? Ich komme dann hinten rum. Weil ich muss nicht mit dem Geschützer stecken. Hä? Ich wollte jetzt diese Haftgranate mal ran machen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Der hat... Doch. Äh, du musst lang gedrückt halten in der Maustaste. Und dann? Und dann tut sich so, äh, so ein roter Streif bilden. Oder so ein grüner Streif. Und dann zeigt das dir an, wo du die hinwirfst. Dann kannst du loslassen. Aha, aha, aha. Sie musst du gedrückt halten. Nicht, äh, mal kurz drücken, dass du die schmeißt. Einfach lang gedrückt halten. Weil dann tust du mit dem Drücken auch die Entfernung ein... Äh, einen... Ich hätte gerne mal Sniper gespielt, aber die haben die hässlichen Mösen lecker hier. Hardcom mal wieder hier mit Feinschirm. Ah, guck mal rechts jetzt. Kommt da irgendwas? Ja, nee, da ist nicht. Uh, hau ab. Hau ab jetzt, oder? Nee, oh, vor uns, vor uns, vor uns, vor uns. Genau, 12 Uhr. Ach, da. Da ist noch einer. Ab ihn, der nächste, der nächste, der nächste. Ja, super. Jawoll. Das war Zielanwesung, ne? Hm. Funktioniert ja. Ich bin nur ein bisschen vorsichtig. Du musst sagen, wenn du irgendwas siehst, ob ich dann vor... Aber da hinten muss ein Panzer sein. Wir ziehen uns lieber zurück mit dem Kübelwagen. Wo denn? Wo ist denn der Panzer? Sag dem Bescheid, weil ich bin auf der anderen Seite von O2. Äh, wir haben ihn selber nicht gesehen. Wir haben nur Schießen gehört, oder? Ich habe ihn vor mir. Und das Schöne. Fahr mal über die Brücke. Fahr mal über die Brücke. Da vor uns, vor uns. Vor uns? 12 Uhr. Ja, da ist er. Ach, da. Ja, habe ich. 12 Uhr bedeutet immer da, wie das Fahrzeug steht, ja? Ja, ich weiß, aber ich habe gerade... ...hört sich geguckt. Ach, nur um so ein Schuss, was schießen will. Ja, irgendwas höre ich hier. Ich habe ihn. So. Zählst du genau immer mit deiner Kante auf die Leute? Auf den Kopf oder runter? Ja, manchmal auch ein bisschen runter. Hier, da ins Fenster rein. Da muss einer sein von hier. Ja, ich habe zwei. Gut. Ich lade erst mal nach hier. Ja. Hätte zwar nicht nachladen müssen, aber... Ich habe es trotzdem gemacht. Ich gucke jetzt immer so ein bisschen auf den Berg hoch. Da, ein Schützenwagen. Hast du ihn? Ja. Ach, scheiße. Ich habe schon wieder auf den Nachladen gedrückt. Ich bin ein Idiot. So, die... Die... Die nimm jetzt gerade ein. Da, da läuft es... Ne, na. Siehst du, wo ich hinschieße? Naja, gut. Ich muss erst mal Munition wechseln, weil das dauert bei dem Ding hier nämlich ewig. Welche hast du? Jetzt eine HE oder was? Ja. Jetzt habe ich HE drin. Ja, die ist ja für... Aber ich wechsel jetzt wieder zu AP, weil ich... Eher auf Fahrzeuge hoffe, als auf Infanteristen. Ich habe mir mal so einen geilen... Duhlwagen gekündigt. Seid ich in deinem Abhören? Und ich habe Angst, dass die von hier oben kommen. Ja, ich gucke ab und zu mal. Mit so einem Fahrrad oder so, weißt du? Mhm. Ab und zu lunge ich mal hier oben hin, ob ich irgendwas sehe. Normalerweise müssten... Mindestens zwei oder drei Infanteristen... Da... Die Panzer bewachen irgendwie. Ich... Warte, ich steig mal ganz kurz aus, nicht meinen Platz einnehmen. Nee, nee. Was hast du gesagt, musst du pinkeln oder was? Nein. Ich habe dir Angriffsbefehl gegeben. Aha. So. Ich sehe weiter... Komm, du nicht erster. Nur wegen dem Angriffsbefehl? Oder was? Da hinten ist irgendwie ein Panzer. Irgendwas kommt hier. Irgendwas kommt hier oben. Hier kommt ein weiteres. Boah. Da ist Gott einer Glauben. Ich habe es gesehen, weil ich ja Außenansicht habe. Ah ja. Ein Panzer. Ein Panzer von rechts. Nee? Ja. Siehst du? Nee, nee. Gerade, gerade. Warte, weiter, weiter. Noch weiter, links, 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 links. Halt. Halt. Rechts. Wah, von wo? Ja, geradeaus. Ach, da. Ja, das müssen wir noch üben. Das müssen wir noch üben mit den... Mit den... Das ist gerade ein Infanterist. Du hast echt gefahren mit ein paar. Den habe ich gerade kurz weggehört. Ey, war mal ja ein Sud gewesen. Aber dann jetzt... Völlig verkackt. Ey, bei uns im Spawn-Bereich stand eine Armee. Blödes Mistschwein. Der wollte ja nämlich eine Mine direkt am Fahrrad dranlegen, wisst du? Kennen wir doch irgendwoher, wie aus Battlefield. Irgendwelche C4 an irgendwelchen Scheißrandpappen. Ich höre hier irgendwas, aber ich sehe nichts. Ah, da ist er. Ja. Schön Kopftreffer. Präzision K98. Ja, ich habe wieder eine Bombe. Ja? Hat geklappt? Oder ist er? Eigentlich ja. Ich versuch's. Und was hast du jetzt da gemacht? Ich muss in der Nähe von B1 landen. Vielleicht geht das denn bei dem Spawnpunkt, der... Kann nicht sein, dass wenn die O2 erobert haben, dass das vorbei ist? Ach ey, die Amis, die kommen immer durch die Wälder durch. So sind sie. Diese Mongos. Halt Amis. Ich muss echt aufpassen, wie überall hocken die Amis. Ich schmeiße jetzt mal hier Granatenfeuer hier. Oh, da ist ja ein Schermann in der Stadt drinne. Weil ich gleich wieder down sein, ey. Wie weit kann der so eine Haftgranate schmeißen? Keine Ahnung. Ich habe eine herangemacht. Ja, den ersten mit einer Haftgranate. Das ist richtig spannend jetzt. Du meinst denn jetzt wie so spannend? Ja, weil, weil ich jetzt hier im feindlichen Gebiet bin. Ach, bei O2, oder? Ich auch, ich stehe wieder an den Schirmen. 43 Sekunden haben wir noch. Wenn es das schaffen war. Den Druck aus dem Fahrrad und so. Fahrrad und... Ich glaube, wenn man da als Fahrrading ankommt, dann kriegen die schon Angst. Naja, ich glaube jo. Ich habe ja noch schnell einen Kill. Nee. Jetzt wird wieder in die Luft aussehen. Kann ich gar nicht. Ich steige an den... Kann ich eh nicht mehr spawnen. Das war richtig geil. Das war richtig geil.